Let's go! Dann kann's losgehen. Seid ihr alle bereit? Ja. Komplett bereit. Frag mich gerade, ob du wirklich in deinem Video stehst. Ja. Äh, nö. Hä? Warum? Ich blitzte gerade. Siehst du das nicht? Oh, das ist jetzt ernst gemeint? Ja. Das ist ein Mysterium. Ah, okay. Ich darf da nicht mit Logik dran gehen. Ich merk schon. Ich hatte das Clickbait-Schwert zusammen. Hätte es gleich einsetzen können. Das war ein Federschwert, oder? ches war meine Depression in ein Schwert gefasst. Kann ja gar nicht so schwer sein. Ich bin einfach genau da im Gegenoption vorher. Nein, 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 das ist beschiss. Das ist beschiss. Ha! Habe ich jemals gesagt, dass ich fair spiele? AHHH! Jetzt geht's los! 24 Steine brauche ich. Oh mein Gott! Da sind 38% mehr als vorher! Komm, jetzt basta gucken, dass ich kurz schlau gewirkt, oder? Nein! Ahahahaha! aber so richtig so wisst ihr somit so ja genau da kommt das gold da war da war jemand mit full dir aber das war der skin wie war das noch mal drei blöcke und ein barren oh dios oh mein gott werden die denn jetzt angeordnet was die also das wissen das crafting rezept ja zwei gold blöcke und dann so als hände die barren und dann okay 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 funktioniert was soll das ich war das nicht das ist kein jungs glaubt es nicht was im internet passiert zu wild oder was ist los mit dir jetzt bin ich mit zwei dumpfbacken in der höhle die die ganze zeit den crafting table abhauen so einen typen habe ich hier auch am start das ist richtig nervig mann ich habe keine probleme ich habe psychische seelische auch ab und zu körperliche probleme aber ich habe ab und zu darm beschwerden ich muss jetzt erst mal raus war ganz schnell man kann keine erde essen lassen ich habe gerade versucht er zu essen das geht nicht man kann keine erde essen aber das ging der letzte runde natürlich funktioniert das was erzählst du das geht nicht ah nein man muss es ja zusammenlegen ja stimmt was muss man zusammenlegen uff man muss ja du musst vier erde in dings packen und dann zusammen craften ach kacke stimmt ich war das letzte mal nicht dabei tut mir leid ich weiß nicht wie man sowas macht alles gut oh mein gott da ist jemand von dir gammbo ist noch am leben äh ja das freut mich oh mein gott okay ich habe sogar ein totem das heißt den ersten tot überlebe ich noch den zweiten nicht mehr noch ein totem nein vier totem sorry aber das kann doch nicht sein das ist ja krank und der ist übel schlecht im pvp ich hoffe die totem spitzsack ist aus lukas du satt ist das hoffentlich dass ich die scheiß totem spitzsack ausgemacht lächerlich wenn die nicht aus ist habe ich nur deswegen gerade verloren x-ray sag ich jetzt schlechten pvp der ist so schlechten pvp der hat mich ziemlich schlecht gehittet der hat noch einen totem wenn er jetzt noch eins er hat noch eins wie viele totems hast du ihm zur box dem einen habe ich drei oder vier zur box diesem panda das sieht aber sehr nach totem spitzhacke aus es gibt noch eine totem spitzhacke ja die totem spitzhacke gibt es noch viele blöcke platziert er denn heilige wenn du da runter gehst hinter dir da sind hier sachen das ist schon ghosting nein oh man jetzt werde ich von einem hoch genommen wow hey leute ehrlich es gibt kleine lücken und ihr müsst die sofort ausnutzen ich bin absolut enttäuscht noch ein goldapfel ich hoffe der wird jetzt von dem anderen typen einen hops genommen warum sind hier denn auch so viele wow ja oh mein gott was darf man nico spielt doch nicht mit oder oder spielt nico mit keine ahnung wer mitspielt warum weil nico hatte grad nur zwei totems und eine totem spitzhacke und einer hat ihn auf den baum geklatscht und sich hat die sachen gegönnt und nico hat ihn gekillt aber ihr könntet full dear werden wenn ihr die sachen findet ich bin fast full dear ja warum beschwert ihr euch dann ich beschwere mich dass ich dann ich werde also ich bin fast full dear mir fehlt noch ne hose aber die laufen da zu dritt rum wenn ich da einmal reingebe und ich tot mal wieder tag time i don't know die laufen da wie so eine entenfamilie durch die gegend sind die denn alle die sind doch hier grad noch vorbeigelaufen ich glaube im nächsten video mache ich irgendwas das ich gold scheiße dann laufen die alle hinterher da vorne ist jemand ok ich habe jetzt wieder annehmbar nur noch 200 person ähm hängt irgendwas naja es läuft alles nur ich hänge ich kann mich null bewegen hab ihn ich steck fest dann disconnecte einmal ich zieh dich wieder rein wenn mich vor keiner angreift oh jetzt lebe ich aber jetzt lebst du wieder ja warte ich schlatsch dich kurz naja ich bin gambo lebst du noch ja ich leb noch ok bin sogar relativ gut equipped ok gambo gib mir einen tipp wo du bist an der border ich habe gerade einen getötet der hatte noch gold blöcke dabei ähm ok ok ich finde dich ich habe halt panische angst vor diesen drei leuten die laufen da permanent durch die gegend hast du eine eisenhose an ich habe eine eisenhose an ja hast du einen totem in der hand und isst einen apfel genau sneakst du ja bam ich bin neben dir perfekt ich bin dein schutzengel gambo oh schlecht hä oh ja gambo oh yeah er hat sich mit wasser gerettet oh wow ich mach einen auf high okay oh ne oh ne oh komm bau dich jetzt nicht hoch kolle wirklich also manchmal das ist jetzt nicht dein ernst der hat schon neun totem an der hand ich habe drei totems geklopft oh oh trotzdem wird nicht gegen mich gekämmt das war der einzige gegner der jetzt wahrscheinlich noch auf dem feld ist gegen den ich nach ansatzweise eine chance hatte oh ne jetzt werde ich mit einem full enchant dia verfolgt also uff läuft der mir noch hinterher ja jetzt noch einer ah ja moin den anderen kannst du klatschen hinter dir guck mal kannst du das auch das habe ich letztens gelernt hinter dir ja warte ich muss ich muss einen günstigen moment abwarten ich habe den einen typ mir einfach aus der border geprügelt oh ne man dazu sage ich jetzt einfach nichts kann ich mal bitte aufhören zu brennen alle ach weißt du das der da brennt du hast noch goldäpfel ja beschwer dich nicht komm ich sterbe nein doch nicht oh mein gott ich hasse dich nein ich hab so viele leute hinter mir ja die border ist aber auch echt klein ich hab kein tot mehr der geht einfach nicht aufeinander sondern auch die anderen ich weiß doch nicht wer er ist Gambo ist der einzige den ich dir noch angreifen kann wer ist er wohl Gambo wer bin ich wohl hm ich hab keine ahnung komm her und Wassereimer wäre nicht schlecht ich habe einen das ist da der enchantete geh weg ich will gegen Gambo kämpfen er will dir Goldäpfel anbieten er will mir Goldäpfel anbieten ja oh ja Gambo ja wow alter ja Gambo na komm her Gambo könnte sich ne Dia-Hose holen mach das ja Gambo scheiß auf deine Dia-Hose ach ist das lost alter ich hab sogar ne ah gut das Gambo Lapis hatte ja Gambo wärst du so ein Ehrenmann gewesen das ist das